Heute Quick & Dirty aus dem Garten von Sarah Henke, unsere Markenbotschafterin und Sterneköchin. Asiatische Küche bereitet sie zu und ich habe mich nochmal mit ihr abgesprochen. Wir machen heute ein ganz schnelles Wokgericht. Grundsätzlich Wokgerichte sind immer schnell. Ich habe hier einen marinierten Schweinebauch bekommen. Ich habe jede Menge Gemüse, Champignons, Brokkoli, Paprika, Zuckerschoten, ein paar Aromen, Zwiebel, Korianderwurzel, Knoblauch, Chilis und Zitronengras. Also fangen wir an hier mit dem Abseien der Marinade direkt jetzt hier in den Wok rein. Auf dem Wok heiß werden lassen und dann das Schweinefleisch rein. Die Marinade wird jetzt warm, man hört schon, es zischt ein bisschen das geschnittene Schweinefleisch rein. Das ist ein marinierter Schweinebauch und den gaben wir jetzt hier ganz langsam, bis er durch ist. Der Schweinebauch ist jetzt gegart. Wir holen den jetzt raus hier mit so einer kleinen Schöpfkelle. Diese Marinade tun wir jetzt darüber. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Wasser hier rein und machen den sauber, den Wok. Und dann geht es direkt weiter. Damit wir zwischendurch immer genug Flüssigkeit haben, nehme ich immer ganz gerne eine Hühnerbrühe oder eine Gemüsebrühe. Oder wenn ich sowas nicht habe, kann man auch einfach nur Wasser nehmen. Oder du hast jetzt hier so eine schöne Woksoße und die nehme ich jetzt und ich werde die jetzt einfach ein bisschen verlängern. Also ein kleines bisschen Woksoße hier rein und dann reichlich Wasser darüber. Jetzt haben wir hier die richtige Temperatur. Der Wok, der ist schon richtig zu Gange. Ein bisschen Öl, man braucht echt nicht viel. Quick und Dirty Gemüse-Wok. Aromen haben wir heute. Korianderwurzel, Knoblauch, ein bisschen Zitronengras und eine Chili. So, das heißt also, wir halten uns jetzt auch gar nicht lange auf hier mit dieser Geschichte. Keine Kerne raus oder nicht, sondern wir nehmen einfach jetzt hier mal so eine Chilischote und dann kommt das hier alles direkt rein. Dann durchschwenken. So, und dann fangen wir an mit den Pilzen. Ganz wichtig, nicht zu viel Zutaten auf einmal. Lieber zweimal woken oder dreimal. So für zwei, drei Personen. Maximal auf einmal rein. So, und jetzt merken wir schon, dass das Gemüse, das Fett so ein bisschen aufgesogen hat. Und jetzt will ich einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit hier drin haben. Und dann nehmen wir eine kleine Menge. So, wenn ich jetzt Gemüse habe, die man noch länger garten muss im Vorweg, kann ich da jetzt auch so eine Glosch drüber stellen. Das heißt also, da unten drunter staut sich jetzt die Hitze und es geht noch ein bisschen zügiger. So, jetzt geben wir zum Schluss die Zuckerschoten mit dazu. Und gleich noch wieder ein bisschen von dem Fleisch, das können wir auch noch mal mit aufheizen. So, das können wir jetzt noch zwei Minuten so vor sich hin köcheln lassen und dann ist es schon fertig. So, nebenbei können wir noch ein bisschen Koriander schneiden. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon fertig mit unserem Bockgericht. Ein bisschen von der Marinade oben drüber. Also, ein bisschen Koriander drüber und schon ist es fertig. Das Gericht Quick and Dirty aus dem Garten von Sarah Henke. Das Gericht Quick and Dirty aus dem Garten von Sarah Henke.